Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Sachverständige, ich begrüße Sie herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung. Wir wollen uns heute informieren über die gegenwärtige Situation nach den Atomunfällen in Tschernobyl am 26. April 1986 und in Fukushima am 11. März 2011. Und ich bin gebeten worden, kurz zu dieser Anhörung etwas zu sagen. Es geht uns darum, die Schäden wirklich einzuschätzen, das Leid einzuschätzen und natürlich auch für uns Konsequenzen daraus zu ziehen. Hier in Deutschland ist es ja auch bekannt, dass der Bundestag beschlossen hat, den Atomausstieg bis 2022. Und aufgrund dessen ist es natürlich für uns besonders interessant, auch zu sehen, was ist in den anderen Ländern, was ist in Japan, was ist in Tschernobyl. Die Frage auch des Sarkophags soll heute mitdiskutiert werden. Von den Fraktionen wurden als Sachverständige benannt. Wladimir Kuznetsov, Direktor des Nuklearen Strahlungssicherheitsprogramms von Green Cross Russland. Hideyuki Ban, Co-Direktor des CNIC Citizens Nuclear Information Center. Dann Dr. Meddörte-Siedentopf. Sie ist hier vom IPPNW, Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung. Aus technischer Sicht haben wir heute eine Premiere, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da Herr Kuznetsov und Herr Ban nicht hier bei uns sein können, werden Sie aus Moskau und Tokio zugeschaltet. Natürlich sind wir immer bemüht, dieses mit professioneller Konferenztechnik und in ausgezeichneter Qualität zu tun. Nur steht unseren Gesprächspartnern nicht immer ein professionelles Studio zur Verfügung. Es stellt sich in diesen Fällen die Frage, ob wir auf diese Gespräche verzichten wollen oder ob wir eine etwas einfachere Technik nutzen, die dann auch unseren Gesprächspartnern zur Verfügung steht. Wir haben uns heute ganz bewusst entschieden, nicht auf die Kompetenz und den Sachverstand von Herrn Kuznetsov und Herrn Ban verzichten zu wollen. Wir werden sie deshalb über das Internet nacheinander zuschalten. Bitte entschuldigen Sie die eingeschränkte Qualität. Und ich danke in diesem Zusammenhang hier auch ganz besonders unseren Haustechnikern dafür, dass sie unsere Bild- und Tontechnik hier im Saal mit dem Internet verbunden haben und uns zur Seite stehen. Wir beginnen mit Herrn Mladimir Kuznetsov vom Green Cross Russland. Er steht uns mit einer Tonleitung aus Moskau zur Verfügung. Anschließend wollen wir Herrn Hideyuki Ban vom Citizens Nuclear Information Center aus Tokio mit Bild und Ton zuschalten, bevor wir dann zu Dr. Dörte Siedentopf vom IPPNW kommen. An die Statements schließt sich jeweils eine Fragerunde an. Aufgrund der konsekutiven Übersetzung, und ich bedanke mich hier an dieser Stelle schon mal bei den Dolmetschern, werden wir für die Gespräche mit Herrn Kuznetsov und Herrn Ban die doppelte Zeit benötigen. Ich bitte also die Fragesteller deshalb, sich immer entsprechend kurz und präzise zu fassen. Also Sie haben es verstanden. Zuerst kommen die Vorträge mit dazwischen immer wieder Dolmetschung und dann unsere Fragerunden. Herr Mladimir Kuznetsov, Ihr Statement bitte. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ach, er ist da. Ich begrüße Sie und freue mich, dass Sie teilnehmen können an unserer Diskussionsrunde. Und wir sind ganz gespannt, was Sie uns erzählen werden. Es geht uns vor allem darum zu hören, wie geht es den Menschen, welche Schlussfolgerungen sollen wir aus dem Atomunfall in Tschernobyl für uns ableiten und was ist mit dem Sarkophag, was ist auch Aufgabe, sage ich mal, von deutscher Seite. Also seien Sie uns herzlich willkommen. Herr Mladimir Kuznetsov, wir sind sehr froh, dass Sie heute hier sind, mit unseren Zuschauern, mit unseren Experten. Uns sehr interessiert die Situation вокруг Tschernobyl, Sarkophag und so weiter. Aber uns interessiert auch die Liebe der Menschen, die da kamen, in bestimmte Folgen in der Tschernobyl-Avarschung. Wir wissen, dass wir in Deutschland haben, dass wir in Deutschland schon in 2022 haben, dass wir in Deutschland schon in 2022 nicht benutzen würden, dass wir an Atomunfall nutzen wollen, und deswegen uns interessiert die Situation in anderen Ländern in anderen Ländern interessiert. Und auch noch ein anderer Experte, der Herr Hidei-Yukui-Bahn aus Japan ist. Er spricht über die Situation der Fokus-Imme. Wir interessieren auch den Sarko-Fakt. Der nächste Redner wird ungefähr 7 Minuten auf Ihre Aufmerksamkeit. Dann werden Sie Fragen. Ich möchte auch kurz auf diese Fragen antworten, wenn es möglich ist. Vielen Dank für's Zuschauen. Und Ihnen ist das Wort, Herr Kuznetzow. Meine Damen und Herren, ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar für diese Geräte deiner Begriff für die Möglichkeit, zu sprechen vor Ihnen und zu klicken. Ich bin ein Mann, der sich an der Черnobel-Atem-Atem-Atem-Atem-Atem-Atem-Atem-Atem-Atem-Atem-Atem-Atem-Atem-Atem-Atem-Atem. Er wurde von der Schlagan-Atem-Atem-Atem-Atem-Atem-Atem. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nesмотря на то, что она закрыта в 2000 году, совершенно правильное решение было принято по этому поводу. Но она продолжает оставаться опасным объектом. До тех пор, пока на станции не возведен новый саркофаг, я хочу сказать, что до начала всех работ, связанных с проектированием подобного сооружения, эквивалентная площадь дыр в самом старом саркофаге составляла более 5000 квадратных метров, что не является безопасным для непосредственно самого персонала, который там работает, для окружающей среды. Ну, про население я не говорю, так как население около чернобыльской станции сейчас, так сказать, все выселено оттуда, из этой зоны. А те аварии, которые раньше... Хорошо, хорошо, готов. Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ich zugeschaltet bin und dass ich die Möglichkeit habe, hier meinen Standpunkt zu äußern zu der Situation. Ich selbst habe bei der Bekämpfung der Folgen der Havarie in Schermont-Nobel gearbeitet. Ich war zehn Jahre dort befasst mit diesen Fragen. Ich bin einer der Liquidatoren und ich war nach der Havarie 1986, dann zehn Jahre dort, war unter anderem auch zuständig für die Kontrolle des Strahlenschutzes, habe die staatliche Kontrolle dort ausgeführt als Leiter der Inspektion für die radioaktive Sicherheit und den Strahlenschutz. Ich habe mich auch sehr intensiv beschäftigt mit dem entsprechenden Reaktortyp, der in Tschernobyl dort eingesetzt wurde, dem sogenannten RBMK-Reaktor. Und ich kann die Situation ungefähr einschätzen. Die Situation ist also nach wie vor gefährlich. Wir haben zwar nach der Abschaltung, nach der vollständigen Abschaltung von Tschernobyl im Jahre 2000 eine etwas günstigere Situation. Das war übrigens eine sehr richtige Entscheidung. Wir haben aber Probleme mit dem alten Sarkophag. Er wurde ja zeitweilig neu errichtet. Wir müssen jetzt einen neuen bauen, damit wir die Sicherheit hier entsprechend garantieren können. Denn der alte hat eine sehr große Fläche von ungefähr 5000 Quadratmetern. Und da gibt es natürlich entsprechende Lücken, entsprechende undichte Stellen und so weiter. Und das birgt Gefahren. Gefahren nicht nur für das Personal, sondern auch für die Umwelt. Sie sprachen vom Leiter Bevölkerung, von den Gefahren für die Bevölkerung. Die muss man hier im inneren Umfeld nicht sehr stark betrachten, weil ja die Bevölkerung aus der entsprechenden Zone umgesiedelt worden ist. Morgner Dalsche. Morgner Dalsche. Morgner Dalsche. Die Situation, die wir in März haben, Es spricht genau so, dass eine solche Haltigkeit von der Exploitation der Station, und auch von der entsprechenden Struktur, hat sich an die solche Veränderungen, die im März dieses Jahr произошли. Es gab Brände auch, und die Situation hat sich dahingehend auch verschlechtert, dass diese dann übergegriffen haben auf die Träger, auf Baukonstruktionen, die dann nicht mehr so stabil waren. Und leider ist es so, dass die entsprechenden Belastungen auch nicht beseitigt wurden. Die Ukraine hat entweder kein Geld oder zu wenig Geld zur Verfügung gestellt, um die tragenden Konstruktionen zu stabilisieren. Und dieser letzte Fall jetzt im März 2013 hat gezeigt, dass nach wie vor dort eine gewisse Nachlässigkeit existiert, dass also sowohl das Personal in der Station selbst, aber auch die entsprechenden Aufsichtsbehörden, die anderen Behörden, sich nicht der Gefahr bewusst sind, die nach wie vor dort existiert. Das war die Das ist schon in den nächsten Bereichen. Wir müssen davon ausgehen, dass eine der Hauptquellen für die Gefahrenlage in Tschernobyl darin besteht, dass ja nach wie vor dort Radioaktivität vorhanden ist, dass nicht nur radioaktive Abfälle dort zwischengelagert sind, sondern dass auch in dem Einschluss dort entsprechende radioaktive Stoffe gelagert sind. Und solange wir hier keine Möglichkeit finden, diese wirklich dort zu entnehmen und entzulagern, gibt es natürlich ein sehr hohes Gefahrenpotenzial. Und die Hermetik, die hermetische Abriegelung verschlechtert sich. Und das kann Folgen haben für das Wasser dort, für die Umwelt. Und das kann insgesamt auch Folgen haben für die gesamte Situation im osteuropäischen Raum. Ich begrüße die Entscheidung von Deutschland über den Atomausstieg. Ich bin der Auffassung, dass das eine historische Entscheidung ist und ein Orientierungspunkt, ein Beispiel für alle Länder, die heute noch mit der Atomenergie arbeiten. Aber in diesem Zusammenhang ist der wichtigste Punkt, den wir wirklich im Auge behalten sollten, an den wir uns immer erinnern müssen, dass in Russland nach wie vor elf solche Reaktorblöcke vom Tschernobyl-Typ, also RBMK, in Betrieb sind. Wir haben vor fünf Jahren, also wir, das sind meine Kollegen und ich, eine Initiative gestartet in Russland, um diese Reaktoren des Tschernobyl-Typs auch entsprechend einzustellen, ihre Arbeit einzustellen in Russland. Und die Situation ist heute so, dass im Grunde genommen viele dieser Reaktoren bereits ihre technische Lebensdauer erreicht haben. Trotzdem werden Entscheidungen gefällt, dass sie weiter in Betrieb bleiben sollen und diese Entscheidungen sehen dann so aus, dass die Betriebszeit dann um fünf Jahre verlängert wird, manchmal dann um zehn, natürlich dann um 15 und das kann ein unendlicher Prozess werden. Und das wird alles gemacht von der staatlichen Gesellschaft Rosatom. Ja, danke schön. Wir möchten jetzt noch einige Fragen an Sie stellen. Herr Kuznetsov, jetzt Herr Kuznetsov, jetzt Herr Kuznetsov sagt, er hat Ihnen noch eine Minute zu geben. Er hat Ihnen noch eine Minute zu geben. Ja, eine Minute zu geben. Wir haben uns ja mit dieser Initiative auch an den Präsidenten Putin gewandt. Wir haben uns an das Verfassungsgericht der Russischen Föderation gewandt, aber leider hat das noch nicht gefruchtet. Also die Betriebszeiten werden nach wie vor verlängert. Wir haben auch einen Antrag gestellt an das Europäische Parlament. Dieser ist vor fünf Jahren bereits gestellt worden und wir sehen da keinerlei Bewegung. Das betrübt uns ein wenig. Vielleicht das in aller Kürze. Ja, danke schön für die vielen Informationen. Wir möchten aber noch kurz Fragen stellen. Wirklich kurz, Herr Dr. Paul. Er ist von der CDU-CSU-Fraktion. Guten Morgen, Herr Kuznetsov. Vielen Dank, dass Sie uns heute Morgen zur Verfügung stehen. Meine Frage richtet sich auf den Zustand des Sakrophags in Tschernobyl. Es gab dort ja Schwierigkeiten, die durch einen zweiten Sakrophag behoben werden sollten. Auch die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sich finanziell an der Errichtung eines solchen neuen Sakrophags. Meine Frage dazu, haben Sie Kenntnisse, wie der Fortgang des Verfahrens ist, ob die Arbeiten dort plangemäß vorangehen oder wenn nein, an welchen Stellen es Hindernisse im Verfahren gibt? Vielen Dank. Sie wissen, wie Sie wissen, wie Sie da sind, wie Sie da sind, welche препятствия für die Putschung des Verfahrens? Sie wissen, wie Sie da sind, was Sie da sind? Sie wissen, was Sie da sind? Ich weiß nicht, warum diese Informationen nicht. Warum? Weil die Frage geht, weil die Frage sehr schuldig ist. Die Ukraine der Frage dieser Informationen praktisch nicht geliebt. Und auch, dass alles, 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 was in der Kaffee, aus dem Kaffee, aus der Kaffee, in der Kaffee, war, dass es nicht so gut geht. Es gab keine Sлушagen, keine Sлушagen, keine Sлушagen oder Informationen, Informatio o dasteinstu eil nedostatka eit tex expertnых работ, katorre provodilis niposresstna pa etim работam. Ja, вот podobne informatio proste ne vladii. Хотя, ja, эту informatio staralse vse vreemme atslежivat. Krainie skudna informatio i, tiem boli, отсутствuit informatio o vremenom sosteanii работ po, o, atetimo napravlini. Leider kann ich auf diese Frage nicht vollständig antworten, weil ich nicht genügend Informationen habe. Das hängt damit zusammen, dass die ukrainischen Verantwortlichen ihre Informationen eigentlich mehr oder weniger unter Verschluss halten. Wir wissen nicht, was dort genau geplant ist, wie dieses Projekt in Angriff genommen werden soll, wie es umgesetzt wird. Wir haben überhaupt den Eindruck, dass die Beteiligung der Gesellschaft, der Zivilgesellschaft an diesen ganzen Fragen eigentlich sehr zu wünschen übrig lässt. Es gibt keine Anhörung und so weiter. Deswegen können wir auch nicht sagen, welche Vorteile dieses Projekt hat, welche Nachteile es vielleicht hat und so weiter. Wir kennen die Sachverständigen nicht, die das machen und wir haben nicht genug Informationen, um hier uns eine Meinung zu bilden. Ja, wir haben jetzt noch drei Fragen und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich würde Ihnen die drei Fragen werden wir Ihnen jetzt stellen und dann müssen Sie bitte alle zusammen beantworten, denn der Kollege in Japan wartet dann auch zur Beantwortung unserer Fragen. Wir stellen jetzt alle Fragen auf einmal. Es kommt Marco Bülow, SPD-Fraktion. Ja, guten Tag, Herr Kuznetzow. Auch von mir aus vielen Dank. Können wir bitte den Telefonkontakt halten, weil er sehr schlecht hört. Herr Kuznetzow hört sehr schlecht. Können wir bitte nochmal anrufen und dann das Telefon anrufen. Jetzt kommen die kritischen Fragen. Jetzt müssen wir abschalten. Okay, das nächste Frage wird von Marco Bülow in der Sozialdemokratischen Fraktion. Ja, auch von mir. Guten Morgen, Herr Kuznetzow und vielen Dank für Ihre Bereitschaft. Ich habe eine Frage. Sie haben gerade gesagt, es gibt elf Typen, also elf Typen von der Bauart in Tschernobyl, von Atomkraftwerken, die noch sich in Betrieb befinden. Da wäre meine Frage, ob Sie wissen, wie ungefähr der Zustand von diesen Atomkraftwerken ist und ob es nach Fukushima überhaupt eine Diskussion bei Ihnen gab, diesen Typen einen Stresstest zu unterziehen oder was Ähnliches, was wir in Europa gemacht haben. Und eine zweite Frage zu den Strahlenopfern, aber vielleicht erst die Übersetzung. Значит, Herr Kuznetzow, Sie haben jetzt ein paar Fragen, über die 11 blocken, von den RBMK-RBMK-RBMK-RBMK-RBMK, die schon arbeitet, die in der USA geht. Sie haben einen Korrektesignis, ob Sie sagen, ob Sie das eine Kürtkere von den RBMK-RBMK-RBMK-RBMK haben? Und ein zweit вопрос ist, Eine ganz kurze zweite Frage. Sie haben gesagt, Sie gehören zu den Liquidatoren und uns würde interessieren, wie die derzeitige Versorgung der damals Betroffenen ist, ob sich da was geändert hat in letzter Zeit oder ob Sie da irgendwie nähere Informationen zu haben. Drugi вопрос. Sie haben zuerst gesagt, dass Sie sich auch zu den Liquidatoren der Tschernobyl. Und mich interessiert, wie Sie jetzt die Situation im Hinblick auf die Aufmerksamkeit der Menschen, die dann in dem Sinne von der Gesundheit haben. Danke schön. Dann Dorothea Minzner von der Linken. Ja, auch von meiner Seite aus. Guten Morgen und vielen Dank für Ihre Bereitschaft zu fragen. Es gab vor einiger Zeit im deutschen Fernsehen eine Dokumentation, wo ein deutscher Physiker auch in den Ruinen von Tschernobyl war, Dr. Pflugbeil. Und festgestellt hat, dass relativ wenig Kernbrennstoff überhaupt noch in der Anlage offensichtlich sich befindet. Und von daher gibt es eine Debatte, ob die enormen Kosten für einen Sarkophag in der Form überhaupt den optimalen Nutzen bringen. Oder ob das Geld nicht viel besser eingesetzt wäre, um die gesundheitlichen und sozialen Folgen der Menschen vor Ort zu beheben oder zu mindern. Ich hätte da gerne noch mal eine Einschätzung von Ihnen, weil das ja doch ein sehr aufwendiges und sehr langwieriges Projekt ist, wo wir den Eindruck haben, dass es auch nicht so ganz so schnell und gut vorangeht, wie wir uns das alle wünschen würden. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. 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 Und jetzt meine letzte Frage zu den Fragen, die die Menschen betreffen. Die Menschen, die sich mit der Liquidation der Havarie befasst haben, die dort vor Ort waren, sind im Grunde genommen jetzt ihrem Schicksal selbst überlassen. Und das betrifft sowohl die Ukraine als auch Russland. Und das ist eine sehr, sehr geringe Pension bzw. hier eine Rente. Ich nehme mein Beispiel, ich bin also versehrter im Zusammenhang mit meiner Arbeit dort der zweiten Gruppe und meine Rente beträgt, wenn ich das in Euro umrechne, 300 Euro. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, wie man davon leben kann. Ich habe zum Beispiel Probleme mit einem meiner Beine. Ich bin jetzt in Behandlung und habe eine Prothese bekommen von der deutschen Gesellschaft, übrigens Otto Bock, die in Russland dort eine Filiale betreibt. Und die haben jetzt eine kleine Rechnung geschickt über 10.000 Euro. Ich weiß nicht, wie ich sie bezahlen soll. Das ist natürlich eine Emotion jetzt. Und ich möchte Ihnen aber das auch so sagen, wie es ist, denn ich will Sie hier nicht informieren, so über Dinge, die man vom Hörensagen kennt, sondern ich bin mit den Leuten hier im Gespräch. Ich kenne die Sorgen und die Nöte der Menschen. Ja, vielen Dank. Es tut mir leid, wir müssen unser Gespräch jetzt beenden. Ich denke, man kann bilateral noch einiges klären. Unser japanischer Kollege wartet. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Informationen. Vielen Dank. Vielen Dank und alles Gute. Vielen Dank. 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 Wir hören uns gleichzeitig nicht. Wir hören uns nicht. Herr Krohrig, Sie haben 3 Punkte, die ich erwartete. Herr Krohrig, Sie haben die erste Frage, die ich noch einmal an den ersten KF-Aktur der Verteidigung. es ja niemanden alsmäßes He exercising des Simon Rutte II. Das hat gesagt, dass die Einzutzw巴 haben, indem er Blick auf die Möglichkeit zum Einzuzidenten Gateway verhandelt ist. Im Vergleich zu verhandeln wheelan werden und die Funktionierung des Todes parties ver alcohol sind und präumat−ig сказал. Entschuldigung. Liebe Kolleginnen, es wird jetzt noch mit Japan probiert und ich gebe jetzt das Wort Frau Dr. Siedentopf vom IPPNW und wir versuchen es dann nochmal. Bitte schön. Vielen Dank an Frau Menzner, glaube ich, von den Linken für ihre Einladung an die IPPNW. Seit kurzem gehöre ich zum Vorstand und so bin ich heute hier. 180 Kilometer Luftlinie von Tschernobyl liegt der Rajon Kostyakovici im Bezirk Mogilow zu einem Drittel radioaktiv verseucht, 27 Dörfer verlassen, vergraben oder dem Verfall anheimgegeben. Über 40 Mal bin ich dort gewesen und begreife immer mehr, was es heißt, mit Tschernobyl zu leben. Im vergangenen Jahr nahm ich am internationalen Kongress der IPPNW in Hiroshima teil und besuchte Fukushima, einen Ort am Rande der 20 Kilometer Zone und während einer Vortragsreise zu dem Thema Tschernobyl folgen in Belarus und Europa, lernte ich viele Anti-Atom-Initiativen kennen, freiwillige Flüchtlinge, Ärzte, Gewerkschaftler und einige Überlebende der Atombomben, Hiba Kocha. So gewann ich einen Einblick in das Leben mit Fukushima. Beide Erfahrungen werden einfließen in meinen Bericht über die gesundheitlichen Folgen von Niedrigstrahlung. Noch 1996, anlässlich einer Konferenz in Wien, zehn Jahre nach Tschernobyl, stellte die IAEO fest, es habe lediglich 32 Todesfälle nach Tschernobyl gegeben, unter der Leitung der damaligen deutschen Umweltministerin Angela Merkel. Immerhin hat die derzeitige Generalsekretärin der WHO, Frau Can, zum 25. Jahrestag von Tschernobyl gesagt, sie halte diese Zahl für zu gering, besonders im Hinblick auf die Sterberate der 800.000 Liquidatoren. Die über 200 radioaktiven Substanzen, Isotope, mit denen wir es heute zu tun haben, sind sämtlich künstlich erzeugt und gehören nicht in unsere Welt. Alles begann 1944, 1945, als in Hartford Plutonium zur Herstellung der ersten Atombomben produziert wurde. Unmengen von Jod 131 und Cäsium 137 wurden damals freigesetzt und an der Ostküste Amerikas beobachtete man einen signifikanten Anstieg von Schilddrüsenkrebs, der bis dahin nur 1 zu 1 Million bei Menschen vorkam, bei Kindern überhaupt nicht. Die oberirdischen Atombombenversuche, die Katastrophen von Sellafield, Chelyabin, Streamy Island, Tschernobyl, Fukushima, Uranminen, Atomreaktoren, Wiederaufbereitungsanlagen, medizinische Diagnostik und Therapie und so weiter. Alles trägt zur Zunahme der Hintergrundstahlung bei, die täglich zunimmt und zurzeit 0,05 Mikrosievert beträgt pro Stunde. Gemessen wird die Radioaktivität von Cäsium 137, einem Gammastrahler, in Mikrosievert pro Stunde. Diese Zahl multipliziert mit 9000, das sind etwa die Jahresstunden, ergibt die Jahresdosisleistung pro Mensch. Wie hofft diese Jahresdosis sein, ohne dass Gesundheitsschäden auftreten? Prof. Yamashito, Leiter einer Untersuchungskommission an der Fukushima-Universität, behauptete zunächst, 100 Millisievert seien unschädlich und mit einem Lächeln zu beherrschen. Das entspricht, hören Sie zu, 5000 Röntgenaufnahmen der Lunge. Wer würde sich oder seine Kinder dieser Strahlung ungeschützt aussetzen, jedes Jahr? Dann ging es um 20 Millisievert, 1000 Röntgenaufnahmen. Diese Dosis ist auch bei uns für AKW-Mitarbeiter vorgesehen. Jetzt gilt das 1-Millisievert-Konzept. Menschen könnten ohne Schaden zu nehmen in solchen Gebieten leben. Das meint auch die WHO in ihrem Bericht und bestätigt, dass es auch an manchen Orten 1-10 Millisievert oder 10-50 Millisievert pro Jahr sein könnten. Verschwiegen wird in diesem Bericht, dass gerade niedrige Strahlendosen Zellschäden und genetische Mutationen verursachen, denn die Dosis-Wirkungsbeziehung verläuft bei Niedrigstrahlen nicht linear. Niedrige Strahlung kann dieselben Krankheiten verursachen wie die hohen Strahlendosen bei Atombombenopfern oder Liquidatoren. 1946 bekam Muller, Genetiker und Biologe für den Nachweis von Mutationen durch ganz geringe Röntgenstrahlen, den Medizin-Nobelpreis. Ich erwähne ihn, weil er in Buch 32, 33 auch geforscht hat. Und das ist eine Plakette, die an ihn erinnert. Bis 1951, sechs Jahre lang, wurde dann weiter geforscht. Aber als die oberirdischen Atombombenversuche begannen, wurde behauptet, Niedrigstrahlen seien gefahrlos. Es sei unmöglich, ihnen irgendeine Wirkung zuzuschreiben. Es ging nur noch um Kriegsszenarien, um Menschen, die schnell umkommen würden. Niemand interessierte sich für Fehlbildungen bei den Nachkommen, Frühgeburten, Totgeburten, Krebs oder Invalidität. 1972 hat Petcau den nach ihm benannten Effekt nachgewiesen. Bei sehr geringen Strahlendosen springt der Reparaturmechanismus der Zelle nicht an und es resultieren Mutationen und Zellschädigungen nach einer Latenzzeit, Krebs und viele andere Krankheiten. Embryonen besitzen noch keine Zellreparaturmechanismen. Kleinkinder entwickeln das Immunsystem erst allmählich. Cesium-137 geht in die Plazenta und Muttermilch über und gefährdet die Schwächsten und zu Schützenden am meisten. In Belarus wird nicht nur ungewollte Kinderlosigkeit beobachtet. Eine Gynäkologin sagte mir, in 30 Prozent der Ehen, sondern auch untergewichtige Kinder am Termin, Frühgeborene und eine Zunahme von Todgeburen. Im Dezember 2011, neun Monate nach Fukushima, fehlten in Japan statistisch 4.362 Lebendgeburten und eine erhöhte Säuglingssterblichkeit wurde beobachtet. Geburtendefizit auch nach Tschernobyl finden Sie in der Anlage von der IPPNW. Interessant wären Zahlen zu genetischen Schäden wie Trisomnie 21, Mongolismus. Wir wissen aus München und damals Westberlin, dass im Januar 1987 statt zwei bis drei Kinder im Monat mit dieser Chromosomenschädigung je zwölf Kinder geboren wurden, mindestens vier oder fünfmal so viel. Im ersten Folgejahr hat die WHO die Anzahl der zu erwartenden Krebserkrankungen aufgrund der Strahlenbelastung abzuschätzen versucht für Fukushima. Die individuelle, für Japan ist es richtiger, die individuelle Dosis in 14 Ortschaften wurde ermittelt, im Durchschnitt 17 Millisievert pro Jahr und 3,8 Millisievert pro Jahr und als Kollektivdosis mit der Bevölkerung multipliziert. Aufgrund der Erfahrungen von Tschernobyl wird für die Bestimmung der Lebenszeitdosis der dreifache Wert dieser Dosis vom ersten Jahr als realistisch angenommen. WHO und IPPNW kommen zu unterschiedlichen Zahlen. Erstens, die Gesamtemission ist von der WHO zu gering angegeben, selbst TEPCO gibt höhere Werte an. Zweitens, besonders die Berechnung der inneren Strahlendosis hängt von der Nahrungsaufnahme ab. Und die Proben bestanden aus 39 Eiern aus der Präfektur Fukushima und 18 aus dem restlichen Japan. Und daraus wurde für 127 Millionen Menschen die Strahlenexposition abgeleitet. Das geht natürlich nicht. Drittens wurden zahlreiche Präfekturen mit 1 Millisievert Belastung individueller Dosis nicht berücksichtigt. Aber übereinstimmend ergibt sich dennoch, dass in Japan zwischen 20.000 und 120.000 zusätzliche Krebsfälle zu erwarten sind. Nach Tschernobyl erkrankten in Belarus ca. 4.000 Kinder an Schilddrüsenkrebs, insgesamt vermutlich 7.000. Jod 131 war von den kindlichen Schilddrüsen aufgenommen worden und bereits nach wenigen Monaten operierte Professor Dimitschik die ersten Opfer nach Tastbefund in Ermangelung von Ultraschallgeräten. In Fukushima gibt es 360.000 Kinder und Jugendliche, die im Alter von 0 bis 18 kontrolliert werden müssten. Etwa ein Drittel wurde mittlerweile untersucht und es fanden sich bei über 40 Prozent Knoten und Zysten, die in keine kindliche Schilddrüse gehören, bei uns Erwachsenen, da können sie sein, vielmehr Ausdruck einer Schädigung sind. Etwa 25 Prozent dieser veränderten Schilddrüsen müssen statistisch als Krebsvorstufen angesehen und engmaschig kontrolliert werden. Drei Karzinome wurden bereits entdeckt, was den Tschernobyl-Erfahrungen entspricht. Von dem erwähnten Professor Yamashito, der die Untersuchungen in der Fukushima-Uni-Klinik organisiert, wird dies Problem heruntergespielt. Den Eltern wird mitgeteilt, alles sei harmlos und in zwei Jahren, wenn auch mehr Fachärzte auf dem Gebiet ausgebildet seien, sollten sie wiederkommen. Die Eltern lassen in anderen Kliniken Untersuchungen durchführen, privat und heimlich, denn die Ärzte sind angehalten, alle Menschen nach Fukushima zu verweisen. Eltern lassen den Urin ihrer Kinder auf Cesium-137 untersuchen und verlassen als freiwillige Flüchtlinge im Gegensatz zu den Evakuierten die Region. Die Kinder erleben in der Schule Diskriminierungen durch Lehrer und Mitschüler, denn in Fukushima sei doch alles in Ordnung. 3.000 öffentliche Dosimeter gibt es in der Präfektur, die überwiegend nur 20 bis 80 Prozent der wahren Werte in der Umgebung anzeigen. Bürgerinitiativen führen Kontrollmessungen durch. Auch wir haben das gemacht und fünf Meter neben dem öffentlichen Messpunkt einen dreifach höheren Wert festgestellt. Manipuliert wird mittels abgetragener Erde oder auch einer untergelegten Metallplatte. Warum? Die finanzielle Entschädigung, die Umsiedlung und Anerkennung als Evakuierter hängt von diesen Werten ab. Ziel der Politik ist die Dekontamination und Wiederbesiedlung. Fährt man Richtung 20-Kilometer-Zone, sieht man auf den Feldern riesige Plastiksäcke mit abgetragener Erde stehen, Millionen Becquerel. Am Rande der Ortschaften rote Bänder, die das Betreten des angrenzenden Waldes verhindern sollen. Der ist natürlich nicht abgetragen. 10 Prozent radioaktiver Tsunamimüll wird dem Hausmüll beigemischt in vielen anderen Städten und im ganzen Land verbrannt. Eltern berichten, dass sie am folgenden Tag zehnfach höhere Werte auf dem Schulhof ihrer Kinder messen. Japan ist effizient. Hier sind so kleine Taschendosimeter. Ich habe eins mitgebracht. So ein ungefähre Hinweis auf die Belastung kann man damit erreichen. Abschließend noch einige Bemerkungen zu Belarus, 27 Jahre danach. Zum 20. Jahrestag wurden im Land Bäume gepflanzt, Denkmäler errichtet und in den Schulen Museen in Erinnerung an die Katastrophe eingerichtet. Die Kindergärten in den verstrahlten Gebieten wurden wieder kostenpflichtig. Medikamente waren nicht mehr umsonst für Tschernobyl-Veteranen. Auf der Webseite der belarussischen Botschaft steht noch so einiges über die Folgekosten. Jedoch nur privat ist es ein Thema. Es gibt keine Familie, die nicht jetzt durch Tod oder Krankheit betroffen werden. Solide Tumoren in allen Organen bei Kindern und Erwachsenen, frühkindlicher Diabetes, Linsentrübungen, Karies, Krankheiten durch Gefäßveränderungen, Sudden Death genannt, Herzinfarkte und Schlaganfälle im mittleren Lebensalter, Immunschwäche, die genetischen Probleme und vieles mehr. Noch 250 Jahre sind Cesium-137 und Strontium-90 im biologischen Kreislauf, zehnmal die Halbwertszeit. In Fukushima erleben wir gerade erst den Beginn der radioaktiven Zerstörung. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für diesen Bericht. Wir versuchen jetzt nochmal unsere Verbindung nach Japan. Vielen Dank. 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 Ja, Ja, dann wird ich jetzt die Frage. Vielen Dank. Dr. Dr. Ja, 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 Fukushima eingegangen, dass die Evakuierungsmaßnahmen in Japan ja wirklich mit Tschernobyl sehr, sehr schnell waren und zweitens auch eine ganz andere Herangehensweise hatte, was die vor Ort tätigen, also das, was in Tschernobyl die Liquidatoren waren. Also dieser grundsätzliche Unterschied müsste sich ja dann auch in der entsprechenden Strahlenbilanz niederschlagen. Vielen Dank. Ja, danke schön. Dann Marco Bülow, SPD-Fraktion. Ja, erstmal vielen Dank, Frau Sienthoff, dass Sie heute hierher gekommen sind. Ich habe eine Frage, die ist natürlich wahrscheinlich relativ schwer zu beantworten, aber trotzdem, Sie hatten gerade schon so Andeutungen gemacht, die Vergleichbarkeit. Natürlich ist der Umfall in Fukushima ganz anders und wahrscheinlich wird man den auch erst in 10, 20 Jahren anders bewerten können, weil ja immer noch eine Menge dort passiert. Aber gibt es jetzt schon Tendenzen, wo man sagen kann, wo liegen die Unterschiede zu dem, was in Tschernobyl passiert hat, vor allen Dingen dann, was die gesundheitliche Auswirkung angeht, zumindest das, was Sie vielleicht erwarten. Das würde mich interessieren. Danke schön. Dann Silvia Kotting-Uhl, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank. Sie haben uns ja noch mal drastisch dargelegt, wie die Auswirkungen sind. Ich glaube auch, dass wenn die Berechnungen der IAEO stimmen würden, dann hätten wir das, was wir in Weißrussland und der Ukraine erleben, eben nicht. Das passt einfach nicht zusammen mit den Berechnungen. Insofern glaube ich, ist da schon durch die Fakten klargestellt, welche Berechnungen da eher tragen. Ich habe jetzt Fragen zu Fukushima beziehungsweise zu Japan. Und jetzt will ich gleich mal vorausschicken, dass es mir völlig fern liegt, diese Regierung dort in irgendeiner Weise entschuldigen zu wollen. Ich glaube aber, dass diese Verharmlosungen, die da stattfinden, also ich will mal das, was mich am meisten erschreckt hat, kurz wiederholen. Ich hatte vor einiger Zeit auch eine Skype-Konferenz mit Jahrestag Fukushima mit japanischen Wissenschaftlern und ich habe da gehört, dass es eine Aussage des wichtigsten Gesundheitsberaters der Regierung gibt, der sagt, Menschen, die lächeln, würden die Strahlung nichts anhaben können, sondern nur Menschen, die sich grämen. Und das ist aber, das ist für mich so ein Ausdruck auch von Hilflosigkeit. Und deswegen so mal meine Frage in die Richtung, ein Land, das so getroffen ist von so einer Katastrophe, also die ist ja weit größer als Tschernobyl und die ist auch noch lange nicht in ihrem Höchstmaß da. Wir wissen ja gar nicht, was da alles noch passieren wird. Also ich glaube, dass da zu dem Verharmlosen der Atomkraft aus Überzeugung, was der wiedergewählten Regierung sicher auch inne wohnt, dass da gleichzeitig doch ein Fürchten vor dieser Wahrheit ist und ein Verharmlosen aus dem Grund, weil man absolut nicht weiß, was man da tut. Könnten Sie sich denn vorstellen, in welche Richtung Maßnahmen gehen könnten, die tatsächlich den Menschen so effektiv wie möglich helfen, was ihre Gesundheit betrifft und was da alles getan werden müsste? Also gibt es da überhaupt so ein Portfait sozusagen, wo man sagt, wenn man das und das und das alles abhakt, dann haben wir das zumindest, was die gesundheitlichen Folgen betrifft, einigermaßen im Griff. Dankeschön. Ja, Frau Dr. Sidentopf, viele Fragen an Sie. Wir wollen allerdings nachher noch mal versuchen, ob es mit Japan klappt. Ich versuche zu beantworten, habe mir selber so eine Reihenfolge aufgeschrieben. Bodenkontamination, das hängt natürlich von der Dichte des Bodens ab, von der Beschaffenheit, von der Felsigkeit, ob das oben liegen bleibt oder nicht. In Belarus ist sandiger Boden wie in Brandenburg und man sagt, dass die Radioaktivität pro Jahr zwei Zentimeter einsinkt in den Boden, das betrifft dann also auch die Pflanzen. Ich erinnere, zehn Jahre nach Tschernobyl sollte man keine Johannisbeeren essen, weil die hoch verstrahlt waren mit Cesium, zehn Jahre danach. Mit den Kartoffeln hat man es versucht, mal tiefer, mal höher sie einzusetzen, als die vermutete Radioaktivität ist. In Japan sehe ich das viel problematischer. Das ist ein felsiger Boden. Ich glaube, die Krume ist viel, viel weniger hoch. Ich weiß nicht, wie das da einsackt. Das ganz große Problem in dieser Gegend, die ja so ein bisschen wie Thüringen ist, felsig, der nächste Regen wäscht mir die radioaktive Substanz aus dem Wald in meinen Vorgarten. Ja, das ist ganz nah beieinander und ich kann natürlich nicht den Wald abtragen. Und was mit dieser abgetragenen Erde passiert, ist natürlich auch noch völlig absurd. Das weiß keiner. Nach Tschernobyl gibt es viele Untersuchungen in Bezug auf Florafauna, besonders Insekten. Die kleine Wanze, die rote, die jetzt hier überall im Frühling rumkrabbelt an den Hauswänden mit ihren unendlichen Mutationen und Veränderungen. Ich habe so ein kleines Büchlein, wo man sich das anschauen könnte. Wenn mir da dann irgendwo was von einem Schmetterling erzählt wird, der nun da schon in Fukushima gefunden sei, ist es absolut lächerlich. Ja, es gibt alle Untersuchungen darüber, wie viele Tiere, große, kleine, wie viele genetische Probleme. Bei uns im Frankfurter Raum erfuhr ich im Jahr 87 von einer Hundezüchterin, die Hunde haben alle verworfen. Und jemand anders erzählte mir von den Schildkröten, die das Gras morgens leckten und damit. Also das ist alles, alles bekannt. Da sollte man also mal ein bisschen genauer hinschauen. Die Flieger, das ist eine Frage hier. Ich denke, es ist bekannt, dass das Flugpersonal eine sehr hohe Leukämierate hat. Das wissen wir. Die sind behandelbar. Die sterben nicht alle. Und es ist auch völlig klar, dass statistisch die Zunahme von Krebserkrankungen auch in unserer Gesellschaft, nicht nur durch Tschernobyl, sondern natürlich auch durch die funktionierenden Atomreaktoren und natürlich auch einfach durch den Anstieg der Umweltradioaktivität existiert. Diese Berechnungen in der Bevölkerung, in unserer Bevölkerung, in der westlichen. Ja, ja. Diese Berechnungen, da dürfen Sie mich nicht festnageln. Man kann verschiedene Faktoren natürlich nehmen. Ich finde, es ist sehr gut aufgearbeitet von unseren, in dieser Broschüre nochmal, wie Sie es einschätzen. Aber das ist ein Irrtum, dass in Fukushima schneller als in Tschernobyl evakuiert wurde. Es haben viele Menschen, es ist genau wie in Tschernobyl, sind Leute in viel höher verstrahlte Gebiete evakuiert worden. Das war in Tschernobyl so. Das ist aber leider in Fukushima auch so gewesen. Wir haben ja 80, 100, 120 Kilometer nordwestlich von Fukushima, eben in die Bergrichtung hinein, Verstrahlungen, die viel höher sind als in der unmittelbaren Zone. Und da sind Leute hingekommen. Also ich denke, diese Dosisbelastung ist extrem. Keiner wird sie je genau klären können. Aber zunächst hieß es ja auch nur, bleibt in den Häusern. Es wurde ja gar nicht gesagt, lauft davon. Weder für Kinder noch für Schwangere. Und erst am zweiten, dritten Tag. Und ich denke, diese Berechnungen gehören da mit rein. Die WHO hat die rausgenommen, hat gesagt, diese 20 Kilometer Zone mit der Bevölkerung ist sowieso geschützt. Also da könnte man nochmal drüber diskutieren, glaube ich. Die Vergleichbarkeit, also ich sage Ihnen nur, was ich in Japan gehört habe, zur Frage, wie können wir überhaupt damit umgehen. Professor Koide, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, sollte uns aber bekannt sein, ist ein langjähriger Atomgegner in Japan. Er hat bei einem Vortrag ganz klar gesagt, es gibt nur eine Lösung, die Menschen zu schützen. Das Terrain, fünf Prozent unseres Bodens, hermetisch abzudecken. Wir haben keine andere Chance. Wenn Menschen zurückkommen, setzen wir diese Menschen einer großen Bedrohung und Krankheit aus. Ich denke, jede Gesellschaft muss das entscheiden. Auch wir müssen das entscheiden mit den Werten, ja. Fliegerleut, die Berechnung, Flora Fahner, so ungefähr. So, herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen und wir versuchen es jetzt nochmal mit Japan. Ein Probelauf hat super funktioniert, nur zu Ihrer Information. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also wir versuchen es jetzt nochmal per Telefon. Vielen Dank. 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 Das war der erste Punkt. Die gesundheitlichen Aspekte bei den Kindern und Jugendlichen. Bei dem zweiten Punkt handelt es sich um die Anlage selbst. Derzeit werden Vorbereitungen getroffen, um die Brennstäbe, vor allem die verbrauchten Brennstäbe aus Reaktor 4 herauszunehmen. Diese Arbeiten sollen ab Oktober diesen Jahres aufgenommen werden. Gleichzeitig besteht das große Problem, was die Menschen in Japan derzeit besonders beschäftigt, sind die Sorgen um eine Verbreitung der Radioaktivität oder der Substanzen über das Meer, über das verseuchte Wasser, das in die Meere gelangen könnte. Die größte Ursache für dieses verseuchte Wasser, das in die Meere gelangen kann, ist das Grundwasser, das durch das Grundstück dieser Anlage fließt. Täglich fließen 400 Tonnen Wasser aus dem Grundwasser über diese Anlagen. Bisher hatte man dieses verseuchte Wasser in Tanks gespeichert, allerdings hat der Platz auch seine Grenzen. Man kann nicht überall weiter Tanks aufstellen, deshalb kam man auf die Idee, einen Pool, also ein ganz großes Becken zu bauen, 60 mal 60 Meter, 6 Meter tief. Allerdings haben wir festgestellt, dass aus diesem Pool ebenfalls das verseuchte Wasser ausgedrungen ist. Also haben wir festgestellt, dass das Wasser ausgedrungen ist. Die Tepco hat Filteranlagen angebracht, die 62 radioaktive Substanzen aus diesem Wasser herausfiltern soll, allerdings sind diese Anlagen noch nicht in Betrieb. Und das Problem ist, dass man selbst mit dieser Filteranlage Tritium nicht herausfiltern kann. Und das kann man wiederum nicht in die Meere hineinfließen lassen, zumal auch der Widerstand der Fischer sehr, sehr groß ist. Das heißt, das muss natürlich irgendwo gespeichert werden, aber hier gibt es ein großes Platzproblem. Das ist das, was wir jetzt in der Nähe des ZDF-Kommenszen des ZDF-Kommenszen des ZDF-Kommenszen des ZDF-Kommenszen des ZDF-Kommenszen des ZDF-Kommenszen. Das zum zweiten Punkt, die gegenwärtige Situation in den Anlagen. Der dritte Punkt ist die große Sorge der Stromversorgung. Besonders im Sommer haben die Menschen die Befürchtung, dass es zu großen Mängel kommen könnte. Allerdings hat das Wirtschaftsministerium METI einen Bericht veröffentlicht Anfang April, in dem es heißt, dass es wohl nicht zu einer Stromknappheit im Sommer kommen wird. Das ist das, was wir jetzt in der EU-Kommenszen des ZDF-Kommenszen des ZDF-Kommenszen. Was die politischen Maßnahmen betrifft, so vertritt die Regierung Abe die Haltung, dass die AKWs vorerst aufrechterhalten werden. Allerdings sollen der erneuerbare Energiensektor weiterhin gestärkt werden. In diesem Sinne wurde eine Stromreform ausgerufen und die soll jetzt umgesetzt werden. Der erste Schritt dahingehend ist die Liberalisierung des Strommarktes. Und hier soll ab 2015 auch jeder Privathaushalt seinen Stromanbieter selber wählen können. Die zweite Säule bei dieser Energiemarktreform ist, dass der Stromerzeuger von dem Stromverteiler getrennt werden soll. Derzeit herrscht ein Monopol in Japan, das heißt, eine Elektrizitätsfirma ist sowohl Erzeuger als auch Verteiler. Allerdings soll diese Situation bis 2020 geändert werden und hier sollen eben die Parteien getrennt werden, so dass hier eine gewisse Neutralität vorherrscht und die Entscheidung für die Einführung dieses neuen Systems ist gefallen. Vielen Dank. Die genaueren, konkreten Maßnahmen dieses Systems sind noch nicht festgelegt. Die werden jetzt noch entschieden. Daher kann man sich noch nicht allzu große Erwartungen davon machen und zu viel erhoffen. Allerdings vertrete ich die Ansicht, dass es hier durchaus Fortschritte gibt und dass man wenigstens diese AKW-Abhängigkeit etwas mildern kann. Die Regierung ABE vertritt nicht einen kompletten Atomausstieg. Also sie sprechen nicht von einer Nullabhängigkeit vom AKW. Allerdings gehen wir davon aus, dass die Abhängigkeit reduziert wird. Ja ja,具体的に強く原子力の運転再開に反対をしているところは福島県、新潟県、静岡県、茨城県の4県で これらの出力,機数でいうと17機の原発になり,その出力は約2000万キロワットになりますが この分については当面,少なくとも5年は運転再開はできない,こういう事態になっています. Es gibt innerhalb Japan besonders starke Opponenten der Wiederinbetriebnahme von AKWs und darunter gehören die vier Präfekturen Fukushima, Niigata, Shizoka und Ibaraki. In diesen vier Präfekturen befinden sich 17 Atommeiler, die insgesamt 20 Millionen Kilowattstunden produzieren können. Aber dadurch, dass diese Präfekturen äußerst gegen eine Wiederinbetriebnahme der AKWs sind, sieht es so aus, dass wir in den kommenden fünf Jahren wahrscheinlich auf diese Meile auf jeden Fall verzichten müssen. 以上でとりあえず話を終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。 Also soviel zu meinem Statement, wenn noch Fragen sind. Ja, vielen Dank, bedanke mich. Ich freue mich auch, dass es doch noch geklappt hat. Und jetzt meine Frage an die Kolleginnen und Kollegen, ob es von ihrer Seite noch Fragen gibt. Ja, erstmal vielen Dank, Herr Johann, dass Sie für uns heute da zur Verfügung stehen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Also, wenn jemand ein bisschen überwiegt, dass er sich dann ins Maschinenhaus gelangt, wo er dann wieder abgepumpt und aufbereitet wird. Und auch das, was Sie gerade erzählt haben mit dem Abdichten eines Pools, wo das Wasser aufgefangen wird, das hört sich alles nach Steinzeittechnologie an. Und ich frage mich, ob das wirklich so wahr ist, wie wir das hier geschildert bekommen. Dankeschön. Ich würde jetzt die anderen beiden noch dran nehmen und dann Beantwortung. Bärbel Höhn, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, herzlichen Dank für den Bericht. Ich finde sehr gut, dass wir diese Informationen hier noch mitbekommen haben. Hier in Deutschland ist eigentlich der Atomausstieg dadurch erfolgreich gewesen, dass wir eingestiegen sind in die Erneuerbaren. Es gibt jetzt das Erneuerbare-Energien-Gesetz in Japan. Gibt es Initiativen der Kommunen, hier einzusteigen, Erneuerbare aufzubauen und damit eine Alternative zu der Abhängigkeit von der Atomindustrie zu erreichen? Ich möchte Sie bitten, nicht mehr so laut zu sprechen. Die Dolmetscherin hat große Probleme. Dann Frau Menzner. Ja, auch ich bedanke mich herzlich. Ich beschränke mich auf zwei Fragen, obwohl ich sehr, sehr viele hätte. Anknüpfend an die Kollegin Höhn habe ich noch mal die Nachfrage zu dem in Japan in Kraft gesetzten Erneuerbaren-Energien-Gesetz. Nach meinem Kenntnisstand ist der wesentliche Unterschied zu der Regelung, wie wir sie in Deutschland haben, dass es keinen Einspeisevorrang für erneuerbare Energien gibt. Ich wollte fragen, ist das zum einen richtig und wenn ja, wie sind die Erfahrungen damit? Und das Zweite, noch mal die Situation der Bevölkerung und den Kindern betreffend. Sie sprachen von den Untersuchungen auch bei der Schilddrüsen bei Kindern mit den doch relativ häufigen Auffälligkeiten. Gibt es vorgesehene Nachfolgeuntersuchungen? Also mir erscheint es wichtig, dass die Kinder dann auch regelmäßig und dauerhaft und immer wieder der gesundheitlichen Kontrolle unterzogen werden. Was ist da vorgesehen oder wie sieht das aus nach Ihrer Kenntnis? Ja, danke. Dann Silvia Kotting-Uhl. Dankeschön. Ja, guten Tag, Hideyuki-san. Ich habe mit Freude gehört, dass ab 2015 der liberalisierte Strommarkt zulässt, dass man als Stromverbraucher seinen Stromerzeuger selbst wählen kann. Meine Frage jetzt, ist denn absehbar, dass es neben den bekannten sieben Konzernen andere Stromanbieter geben wird, die dann auch Strom ohne Atomstrom anbieten? Ja, vielen Dank. Jetzt müssen Sie ganz viel übersetzen. Entschuldigung. Ban様,質問がいくつか出ていますので,まとめて質問をさせていただきますので, もしまとめてお答えできるようでしたら,よろしくお願いいたします. 様々な会派からご質問いただいています。 一つ、社会民主党からの質問ですけれども、 まず、こちらの方で資料としていただいたものとして、 連邦環境省、ドイツの連邦環境省からいただいた資料の中に、 日本の福島の原発の冷却回路というものが、 まず水を注入して、その水がさらにいろんなところから漏れて機械室などに入って、 そこの機械室に入った水をさらにまたポンプで取り出して、 それを再処理を行ってという話を伺ったんですけれども、 信じられなかったので本当ですかという質問。 さらに、今お話にありましたように、プールに貯蔵しなくてはいけないという技術も、 技術的にはまるで石器時代のようなものに聞こえるのですけれども、 少し信じられなかったので本当ですかという質問。 また、別な緑の塔からの質問ですけれども、 まず貴重な情報をいただきましてありがとうございました。 ただし、ドイツで脱原発が成功したという背景には、 再生可能エネルギーのシフトがあった。 そして日本でも今、ドイツの再生可能エネルギー法に似たような法律ができたということを 伺うことができて非常にうれしく思うのですけれども、 さまざまな、例えば自治体ですとか、 共同体がこういう再生可能エネルギーの市場に参入するチャンス、機会というものはあるのでしょうか。 そして最終的に原子力発電から独立するという可能性はどの程度のものなのでしょうか。 さらに、それと関連しての質問ですけれども、 日本でできた、主に再生可能エネルギーを促進する法律、 ドイツの再生可能エネルギー法との大きな違いというのは、 電力の買取制度の中で、再生可能エネルギーの方が優先される、 あるいは促進するために待遇が良くなるようになっているというのは、 ドイツではあるのですけれども、日本ではないというふうに解釈したのですけれども、 その点はどうなのでしょうか。 もしない場合は、今の状態、買取価格の現状はどうなのでしょうかという質問。 さらに、最後になりますけれども、市民及び子どもたちの健康状態に関してです。 甲状腺癌に関する調査があって、しかもその症例が増えているというお話がありましたけれども、 調査ないしは、検査というものは定期的に行うのが必要だと私は考えるのですが、 そのような、今最初の一通り調査を行った後に、また今後調査が行われるという予定はあるのでしょうか。 ご存知でしたら、ぜひ教えていただければと思います。 そして、これこそ最後の質問ですけれども、 電力市場の自由化が始まるというお話を伺うことができて、大変うれしく思うのですが、 今現在、日本では主に独占状態が続いていて、7企業あるというふうに伺っているのですが、 それ以外に企業が参入するのは、そもそもできそうなのでしょうか。 そして、その中で原子力を使っていない電力を、 要するに100%、例えば原子力を使わない電力を供給するという電力会社が出てくる可能性というのは、 どの程度のものなのでしょうか。 多いですが、よろしくお願いいたします。 はい、ありがとうございます。 最初に、その冷却回路について本当かという話ですが、 これは実は本当です。 それで今、原子炉に水を送り込んでいるのですが、 燃料は溶けて、圧力容器も貫通していて、 どこに溶けた燃料があるかわからない状態です。 したがって、とにかく水を送り込んでいる。 その水は、原子炉容器から漏れて、格納容器に入る。 その格納容器も損傷しているので、 そこから原子炉建屋に漏れてくる。 原子炉建屋からタービン建屋に、 これはビルに亀裂が入ったからだと思いますが、 漏れてくるという、こういう状態になっています。 そこで、放射能のこともあって、 タービン建屋から漏れてきたものを汲み出して、 今現在はセシウムだけを取り除いて、 そして余分なものは貯蔵して、 もう一度、原子炉建屋に戻していくという、 冷却の回路に戻す。 1週約4キロのループができているという状態です。 ご視聴ありがとうございました。 このように水平均のロープが入っていく。 おすすめに、 このように水平均のロープのような瘦を取り除いた。 にその上に、 その中で、 そこに入っていく。 それに入っていく。 ここに入っていく。 あるものが入っていく。 Das heißt, wir müssen das Wasser eben von dort wieder herauspumpen. Derzeit wird dann das Cäsium, das sich darin befindet, herausgefiltert, um dann das Wasser wieder zur erneuten Kühlung zu verwenden. Das ist ein Kreislauf von etwa vier Kilometern. Das ist ein Kreislauf, das ist ein Kreislauf. Das ist ein Kreislauf, das ist ein Kreislauf, das ist ein Kreislauf. Und dadurch, dass eben alles sehr schnell gehen muss und dass dies alles Notmaßnahmen sind, kommt es dann vor, dass dann eben die Leitungen dann manchmal etwas instabiler werden. Auch die Geschichte mit dem Pool war, eigentlich waren Tanks vorgesehen, allerdings hat es sich verzögert, bis die Anlage stand, um diese 62 radioaktiven Substanzen herauszufiltern. Das heißt, man hatte dann irgendwann keinen Platz mehr, um die Tanks aufzustellen. Deswegen kam man auf die Lösung des Pools. Wir haben gesehen, dass diese Maßnahme auch fehlgeschlagen hat. Daher sind sie jetzt gezwungen, erneute Tanks aufzustellen. Das sind in der Tat, wie Sie es angesprochen haben, Methoden aus der Steinzeit, wie man meinen könnte. Das große Problem, das ich hier sehe, ist, dass die TEPCO hauptsächlich nicht daran denkt, für den Fall, dass das Wasser austritt, sondern sie sind so sehr in die Enge getrieben, dass sie sagen, ja, wir haben jetzt keine andere Wahl. Und dadurch, dass alles so schnell und unter Druck geschieht, sehen wir, dass eben ein Problem nach dem anderen aufkommt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das ist ein bisschen öfters, also hier ist es eine Frage, wenn Sie hier in die Frage stellen, ob Sie in die Frage stellen können? Ja, das ist eine Frage. Wattwattあたり42円。 それから今年になると38円に下がりますが、 一定程度優遇した買取価格を設定をしています。 それで最後に眼調査の件ですけれども、 これは18歳以下の子どもは36万人います。 Ich glaube, das ist richtig, dass wir 30 Jahre lang im Reise der Veranstaltung überzuführen. Das ist es, dass wir im Reise der Veranstaltung überprüfen, dass wir im Reise der Veranstaltung überprüfen können. Das ist es, wenn wir im Reise der Veranstaltung überprüfen können, dass es sich über 36 Millionen € um die Veranstaltung aufzudrücken. Das ist es möglich. Das ist das für die Zeit im Reise der Veranstaltung. Das ist das für die Zeit der Veranstaltung. Thank you. Vielen Dank für die vielen Fragen. Fragen zu dem Erneuerbaren-Energie-Gesetz bzw. zu der Frage, ob es Möglichkeiten gibt, dass die einzelnen Kommunen sich bei dieser neuen Maßnahme beteiligen bzw. ob die Möglichkeit besteht, inwieweit neue Energieunternehmen in den Markt eintreten können und ob es dann 100 Prozent Ökostrom auch geben wird. Ich denke, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Man muss erst einmal sehen, wie sich das Ganze entwickeln wird und inwieweit sie kommen, ob dies ausreichen wird, um sozusagen den Atomstrom komplett zu verdrängen. Und ich denke, hier wird es auf jeden Fall eine große Wichtigkeit werden, dass der Verteiler, also wenn man den Erzeuger und den Verteiler trennt, dass der Verteiler eine gewisse Neutralität bewahrt. Ich denke, das ist das, was für uns entscheidend ist in den kommenden zehn Jahren und das wird auch letzten Endes entscheidend, inwieweit die anderen unabhängigen Unternehmen, Stromanbieter dann in den Markt kommen werden. Zu dem Einspeisetarif derzeit wird der Solarstrom mit 42 Yen, das sind circa 40 Cent abgenommen. In diesem Jahr sinkt der Preis auf 38 Yen, das sind dann circa 35 Cent. Man sieht schon, dass er in gewisser Hinsicht bevorzugt wird im Vergleich zu den anderen Stromquellen. Zu der Frage der gesundheitlichen Untersuchung von Kinder und Jugendlichen. Es gibt derzeit 360.000 Jugendliche unter 18 Jahren. Die Regierung möchte auch Nachuntersuchungen durchführen. Das Problem ist allerdings, bei 360.000 Kindern und Jugendlichen kommt ein Kind vielleicht einmal in drei Jahren dran. Das heißt, man muss hier irgendeine Maßnahme finden, eine Zwischenlösung finden, dass die Kinder etwas regelmäßiger zur Untersuchung kommen. Vielen Dank. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die vielen Informationen. Wir hatten heute einen ereignisreichen Tag. Wir haben sowohl Berichte aus Tschernobyl als auch Japan erhalten. Ich denke, wir werden in unserem Ausschuss im Parlament weiter über die Frage Atomkraftwerke, auch Unterstützung von Atomkraftwerken in anderen Ländern diskutieren. Wie Sie wissen, hat ja der Bundestag einen Atomausstieg bis 2022 in Deutschland beschlossen. Ich bedanke mich ganz herzlich.